ich war auch so cooles neues fahrzeug leute willkommen zu dem video machen heute das nie genaue neue ja secret fahrzeug dazu müssen wir alle artefakte finden wo es sieht super aus stark leute dieses motorrad scheint mir jetzt frei das heißt wir suchen jetzt alle artefakte jetzt wo ihr alle artefakte findet verbrechen ab und like dazu lassen die ihn rein und let's go so habt ihr meine poppers community dabei genau mit alarm wir müssen jetzt die artefakte finden meine freunde was gedacht das ist super wichtig jetzt aber wir brauchen das keine neue fahrzeuge da vorne ist alles klar perfekt leute erste hier vorne ihr seht beim hafen ganz hinten der erste dock hier ist der gully einmal reingehen und dort finden das erste artefakt und jetzt rein hier ist der eingang mit dem nicht nach links sondern nach rechts müssen wir jetzt hier gehen und wir müssen echt aufpassen auf diese auf diese wasser dinge die spritze hier voll und stoß durch einfach weg deswegen kurz einmal warten wenn das hier rauskommt perfekt und damit scheint hier entlang ich folge jetzt einfach mal tigerherz dabei ist entscheidend wo es lang geht hier leute hier links in der ecke aus haben wir da überhaupt was ist das das ist ein stein was ist das hier das ist das sieht aus wie ein stein oder so irgendwas zahlen oder so keine ahnung alles klar weil dann müssen wir zum exit gehen ganz wichtig ja ja ich halte schön fest wo leute artefakt schnappen und dann bitte zum exit gehen das ganz wichtig was bringt das nicht raus hier ist ein exit ausgang und da kommt hier immer raus und dann sind war ja quasi fast beim museum perfekt leute mit der exe glatt hier immer wieder hier oder könnte das artefakt einfach in sie zum museum bringen am besten im team ist immer das beste und dann am besten macht zumindest zu zwei vielleicht zu dritt und dann kriegen wir das natürlich ist jetzt schlecht wenn der hubschrauber explodieren würde ich hoffe er fliegt hier ordentlich ja sie gut aus perfekt okay super dann immer abgeben in der perfekt dann haben wir es gleich perfekt ein artefakt für das museum sehr gut 1 von 4 da ist es endlich wunderbar ach das ein babyzähnchen alles klar super ok einfach ein babyzähnchen ok leute erste artefakt haben was geben wir zum zweiten gurney zeichn wo der ist und treu ist euch wieder los geht's so leute fahren jetzt jetzt zum nächsten gurney der ist anscheinend hier beim golfplatz guck mal wo die bar da ist sehe ich schon da ist es alter ein europa live verstand ich mir richtig müde gegeben und richtig coole zügels eingebaut leute ihr wisst bescheid aber hier rein let's go so dort wird das zweite artefakt und bin gespannt wo ist es jetzt genau okay aus das dunkel hier auch ja das nicht dabei das net von dir aus ist dunkel oha ist ein mega dunkel haben wir lampe vergessen noch so ok leute entscheidend müsst euch den helm mitnehmen das ist immer wichtig weil ich voll kurz mit tiger herz nämlich schon lichthelm mit hier unten auf jeden fall da ist es perfekt hier ist es ist das aber was goldes dass die goldene kloschüsse alter wer kennt es nicht sehr geil da muss jetzt glaube ich hier rüber springen ja machen wir nicht dann vielen vielen dank wer kennt es nicht die goldene kloschüsse alter sehr sehr gut stark genau leute artefakt schnappen dann mit zum exit das ist mal super super wichtig und dann müssen wir immer wieder landen beim ja beim tunnel und können sie direkt zum museum bringen das haben sie diesmal sehr gut gestartet wunderbar so zack und da kann wieder rausgehen ja na es ist es super weil ich muss kurz mal festhalten über einfach die goldene die goldene kloschüsse leute wie geil ist die bitte das sieht so lustig aus die goldene kloschüsse alter hammer sehr gut so helikopter wartet schon moin moin ich bin am start die goldene kloschüsse ist oben an die propellern fest alter ninder ist nice einfach die goldene kloschüsse leute wie geil ist das bitte das ist so lustig leute kommen gehen wir jetzt ab und let's go ja ninder kann sich abwarten abzugeben come on come on abgeben hier let's go was passiert hier mit dieser kloschüsse ok ja wir haben es perfekt super zwei von vier das ging ja fix und es ist echt gut dass sie immer wieder hier landen das super ein flette aus gold das ist ein ist das nicht ein himmlischer glanz ja absolut leute zwei von vier haben wir jetzt das geht es weiter hier im text ab zum dritten artefakt let's go fliegen jetzt zum nächsten goethe wurde das artefakt drei von vier und dann haben wir schon fast geschafft let's go nein wirklich hier war doch die harley auf versteckt ist auch der harley sport oder dass der harley sport ok traktor was machst du mit dem traktor ok er macht die heubein kaputt ok ok und hier ist ein guti ja genau der goethe ist bei der harley versteckt leute müssen die heubein weg machen und können die goethe benutzen das ist witzig feier ich gerade das gut das ist nice ok dann geht zwar zum nächsten artefakt guck wo die bande hin will oder muss mit mir wegen hier lang ok ach da ist es schon ist der easy dass er easy was ist das ein riesen lippenstift leute wir haben einen riesen lippenstift in der kalisation gefunden und wenn wir zum exit gehen also einfach müsste wirklich die artefakte schnappen ihr müsst zum exit gehen und dann werde die wieder vorne raus gespielt und könnte sagt immer abgeben exit wo sind wir da auf der anderen seite einfach einen exit suchen meine freunde und wo muss das sein glaube hier ja hier immer muss ein bisschen grün leuchtet dort der exit perfekt ausgehagen das glaube leute alles in deutsch ist es so schön dass alles in deutsches der mega knaller feier ich wirklich hart so lippenstift hat jemand bock auf lippenstift ein bisschen lippen nachziehen wer will wer will leute artefakt übrigens jetzt wie immer zum museum oder würde ich sagen bis gleich so lippenstift on tour perfekt was hinten das guti zeichen drauf komme ich ne krass super perfekt leute lippenstift ab zum museum los abgeben hier jetzt gerade das kann es genau einmal hier bitteschön mein freund ja ein wunderschönes artefakt der lippenstift so damit haben wir drei von vier geilo das heißt leute lippenstift am start ist das letzte artefakt und dann haben wir das gut auch gelöst also was für ein team die holen mich schon während der ladeszene zum transport ab mehr geile heute cool leute nächster gut erwischt wir müssen zum nächsten guti decke anscheinend der empfindet sich hier am eisberg genau hier beim eisberg alles klar ok leute wissen bescheiden muss ich dich erzählen denkt beim ufo eingang die vorne ist der guti decke leute gönnt euch den manchmal anscheinend das letzte artefakt und let's go so genau wie ist alles voller eis ja stimmt er ist auch super smart gemacht so wie kommen keine louis monster aber das super geil so leute kommen zack zack hier geht es einmal lang geradeaus laufen was haben wir hier ein bisschen weiter weg als sonst aber wir müssen nicht am ziel meine freunde und da ist es oder ja perfekt das letzte oh ja da ist ja der bauplan geil das heißt bauplan am start und wie geht es zum exit wir müssen wieder suchen ich glaube der ist da vorne ich glaube da vorne ist exit immer muss so ein bisschen zu grün und ein bisschen runter geht dann leuchtet ein bisschen grün und das meistens der exit also let's go leute er ist wirklich gut gemacht so müsste nicht so weite wege hin und her reißen einfach ins wasser springen seid direkt beim museum sozusagen das super haben sie gut gelöst ende wirklich richtig gute start das update für dich mega nice super leute jetzt haben wir den bauplan den bau jetzt ins museum selbstverständlich und dann haben wir es geschafft da haben wir auch das kleine motorrad hoffe ich geil das sieht so blöd aus der hält sich einfach um am propeller fest ist das so witzig alter guck mal der weg ist wirklich über easy meine freunde könnt einfach hochlaufen mit dem team handikopter fahren mega dann geht es weiter let's go letzter artefakt und los geht's was wir ein schönes artefakt und so gut erhalten ja super gemacht vier von vier wir haben es fertig geile blau pausen der ursprünglichen kalidation der ob die insel das ganze ganze plan davon okay und damit toll das ist das letzte an den fakt der kalidationsamt und wir bekommen ich hatte nie gedacht dass wir die dinger je wieder sehen würden ist klar und perfekt das rohrrad ist freigeschaltet alles klar perfekt leute lasst uns mal das rohrrad einmal sparen würde ich sagen leute vielen vielen dank für den krassen support hier von der wilden pommes community sehr geil und dann sparen wir uns einmal das motorrad let's go so altes leuchten richtig krass alter da ist es alter sieht das cool aus damit haben wir hier das übelst coole motorrad oha leute und das ist alle nebeneinander stellt alter sieht es cool aus und bestellt hier alle inwander gut gemacht auf jeden fall leute dank für die hilfe leute das haben wir alle die klasse karre bisschen musik für uns alle wunderbar und da würde ich sagen leute let's go lasst uns fahren in der runde kommen wollen ja da kommt man mit turbo boost mehrere leute sagt mal in den kommentar leute 1 bis 10 wie geil für dieses motorrad alter ist es schnell oha ist es super es ist super schnell kann ich war nicht so krass bewegen aber es ist super super schnell oha mit dem bus da ist mega krass sehr geil danke leute sehr cool das mega geil sieht super cool aus mit dem grünen effekt da vorne sieht das fresh aus mega gut leute dann würde ich sagen fürs auto lasst uns noch mal so ein bisschen nebeneinander stellen was war das sind eben senkel starter so leute dann würde ich sagen da kommt da kommt die oma mit ihren motor rolle ich weiß gar nicht was hier abgeht alter leute dann vielen vielen dank für die hilfe vielen dank an friedrich antiger als ich natürlich auch dabei die oma ist gerade werden und einfach gesporen und werden text in der pommes kann aufregeln aber leute vielen vielen dank und leute kommt mit allen kubis vorbei lassen ab und like am start und haut rein und tschüss vielen dank